Musik Und damit ein herzliches Willkommen, euer Van Bergen von mmozone.de hier für euch über die Guild Wars 2 Beta bzw. das Beta-Wochenende vom 27. bis zum 29. April. Ich bin schon ganz kribbelig und freue mich nun tierisch, wenn es endlich losgeht. Wie gesagt, am Freitagabend ist es soweit und wir haben für euch eine ganze Menge vorbereitet. Unter anderem werden wir ein interaktives Let's Play starten. Das heißt, ihr könnt eure Fragen jetzt bereits im Vorfeld entweder hier im Video direkt stellen oder auf unserer Seite. Dort haben wir extra für euch einen kleinen Forumsbeitrag eröffnet, wo ihr einfach mal gesammelt eure Interessen und Fragen reinposten könnt. Wir werden das Ganze dann versuchen zu ergründen. Wir hoffen mal, wir kriegen eine ganze Menge Videomaterial zusammen. Denn ihr wisst ja, die NDA wurde aufgehoben für dieses Wochenende und wir können darüber richtig schön berichten und euch eine ganze Menge zeigen. Screenshots werden folgen, Videos, insbesondere das Let's Play. Ich stürze mich rein, suche mir eine Klasse aus und lege einfach los, entdecke wieder einmal gemeinsam mit euch das Spiel und freue mich, wie gesagt, tierisch drauf. Würde mich freuen, wenn ihr da am Ball bleibt, entweder hier auf dem Let's Play Kanal oder eben auf unserer Plattform. So, ich fände es richtig knocke, wenn ich den ein oder anderen ab Freitag ingame treffen würde. Ansonsten für alle anderen haben wir natürlich noch eine kleine Fuckliste, wenn man so sagen darf. FAQ-Liste, die häufig gestellten Fragen bereitgestellt. Da geht es insbesondere darum, woher bekomme ich den Client, wer darf spielen und was darf ich zeigen etc. All das auf unserer Plattform. Dann würde ich mich einfach freuen, wenn ihr am Ball bleibt und sagt an der Stelle Tschüssi und bis dahin, euer Van Bergen bald in Guild Wars 2. Ciao!